hallo leute willkommen zu einem neuen hallo 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 wow dies ist really impressiv guck mal hier ist mein onkel so wir machen jetzt teil 4 kann ich habe aus was ich es ist mein controller schon wieder das ist das denn das ist nicht so ich habe schon ein dach wieder jetzt einstellen wir müssen die story sehen nein ey pssst so es gibt die das hat nichts verstanden was zu finden denn sie ist so nicht Prozent Prozent die Buckel die müssen ich glaube dass er sie habe ich schon mal gespielt wird er alle Ach nö, ich habe Angst vor Schlangen. Verarschen, ich kann ja drüber. Guck, ich bin ein Stück Scheiß. Aber du brauchst nicht dafür. Tja, wie kann das dann wohl funktionieren? Guck mal hier. Was haben wir denn hier? Komm mit, Dickerchen. Jetzt habe ich gerade meinen Hut geschüttelt. Der hat Schiss, der scheißt sich gleich an. Dass der eine Pussy ist, Alter. Was bleibt? Das ist ja noch was. Aua. Stell dich doch da drauf, du Idiot. Alter, du musst dich doch drauf stellen. Ey, ich steh doch. Ein, nee. Wer wird angerufen? Ich weiß, ich werde angerufen. Nein. Was ist denn, Nick? Hallo. Ich mache dich mal laut. Wir sind gerade live auf YouTube. Hallo. Ja. Okay. Nein, nicht live. Aber Olaf, wir können ja gleich mal live streamen, Olaf. Können wir auch lassen. Willst du jemanden grüßen oder willst du nur Hallo sagen? Ja. Ja, dann, dann, dann. Ich grüße meine ganze Klasse. Sag mal, hallo. Hoi. Ich will auch. Wer ist das? Der Wiener. 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 Und wie fanden die sich so, also, äh, die eine. Also, ich fand die sehr unsympathisch. Ich hab hier irgend so'n Typ. Ich hätte auch schon wieder angerufen, aber das kann das nicht sein. Was ist denn dein Scheiß-Pub? Hallo, Oma. Ich hab hier ja auch schon wieder angerufen. Ich hab hier ja auch schon wieder angerufen, aber ich hab hier ja auch schon wieder angerufen. Aber wie geht's denn? Wie geht's denn hier weiter? Ähh, lelelelelelel. Oh geil. Ich hätte dich so zusammenschlagen. Guck, 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 guck. Guck. Guck, guck, guck. Aha, guck mal. Guck mal. Gut gemacht. aj Die Peksi sind lecker. Tschuuuus. Ey das- die Tosi die in WMF ist es jetzt auch oder meine jetzt laufen nach rechts so schlecht ein jeder Bildschirm ist nicht so fett was war das jetzt das war so richtig das war so richtig oh ja jeet das war so ein Bonus scheiß das ist ein Scheiß, muss ich ausgraben ja Leute, heute gräbt man Hebel aus ja guck mal wie toll der springen kann geht doch man dieser Scheißcharakter ho das ist eine Fettsack-Schlange kaputt, man wir machen die so easy fertig reindrücken wir sitzen hier noch bis übermorgen ich seh's schon toller Übergang wow wo ist ein Hut? ja hab ich gepasst hab ich gepasst tschüss Abschluss des YouTube-Videos lautet jay ahhhh 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 ahhhh